Hallo YouTube, Simon von Games on Tables hier und das ist das vierte und damit letzte Spiel von dem Regional Warm-Up in den Kultspielen in Dortmund. Und ja, es ist wieder gegen Dengarou und diesmal gegen einen Spieler, der zumindest bewiesen hat, dass er Dengarou sehr erfolgreich spielen kann. Er ist der Sieger der Tatooine Trophy. Und ja, ich bin mal gespannt, wie ich jetzt aus meinen Fehlern des vorherigen Spiels lernen konnte und es hier nochmal neu versuche. Ich habe an meiner Aufstellung nichts geändert. Das Hindernisfeld, wieder Dengarou mit Trümmerfeldern halt im Spiel, ist verständlich. Dengar interessieren die Stressmarker nicht und er möchte hier auf jeden Fall schießen können. Und das Feld insgesamt recht dicht, gedrubbelt, weil ich so ein bisschen verhindern wollte, dass er mit beiden Schiffen mich zu sehr engagiert, beziehungsweise mit Dengarou ein bisschen raustreiben. Dass ich mich vielleicht erst mal um Dengar kümmern kann. Wenn der nämlich mitten ins Feld fliegt, ist es sehr berechenbar für mich, wo er langfliegen wird. Und wenn er halt lange Kreise außen rumzieht, kann ich leichter durch das Hindernisfeld hindurch auf das andere Schiff engagen. Also kleine Schiffe haben einfach den Vorteil, da besser durchzukommen als große Schiffe. Und das habe ich mir halt versucht, oder das habe ich mir erhofft, das mit dem Hindernisfeld zu erreichen. Wie gesagt, die gleiche Aufstellung wie immer. Und ich versuche wieder erst mal so ein Engage auf Dengar. Habe da die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass ich beim letzten Mal einfach nur ein bisschen Pech hatte. Plus Manerou, wie man es jetzt hier auch direkt am ersten Manöver sieht, wird einfach versuchen, sich so schnell es geht halt aus dem Staub zu machen. Rollt hier auch nach außen. Also hätte ich meinen ganzen Polk jetzt auf die Seite gestellt und wäre 5 Grad ausgeflogen, wäre ich trotzdem nicht in Reichweite gekommen. Insofern vielleicht gar nicht ganz verkehrt, da erst mal Richtung Dengar zu fliegen und dann wieder bei einer Gelegenheit, die sich vielleicht ergeben wird, umzuschwenken. Die ersten bewegen sich und mit Boost und Fassrolle bringen sie sich noch ein bisschen besser in Position. Den habe ich diesmal jetzt nicht nach oben hin im Bild, sondern zu seiner rechten Seite bewegt, den Protektoratfighter. Einfach um ein bisschen mehr durch die Mitte zu fliegen und da sowohl Dengar als auch Manöver unter Druck setzen zu können. Den letzten weiter in der Ecke halten, sollte Dengar sich jetzt überlegen geradeaus zu fliegen, kriege ich den ein bisschen besser in die Flanke, sollte Dengar weiter reinfliegen, weiter Richtung Mitte fliegen, kann ich den vielleicht sogar in den Rücken bekommen. Dengar fliegt erstmal langsam geradeaus und rollt dann auch Richtung Spielfeldmitte. Dadurch kriege ich so ein bisschen das Signal, dass er sich auch eher Richtung Mitte orientieren möchte, was klar ist, da sind drei Protektoratfighter. Er möchte möglichst viele halt in seinem Frontwinkel haben, dass er auf jeden Fall den Druck mit seiner Pilotenfähigkeit aufbaut. Also wird der Protektoratfighter ganz oben natürlich jetzt schnell geradeaus fliegen, boosten. Der in der Mitte wird jetzt versuchen, relativ langsam zu fliegen, was halt nicht so gut möglich ist mit den Schiffen. Die anderen müssen gucken, dass sie schnell hinterher kommen, dass ich dann mit möglichst viel noch in einer Runde schießen kann. Manoru dreht hier natürlich erstmal langsam rein und nimmt einen Fokus, der dann später an Dengar wahrscheinlich weitergegeben wird. Bin hier ums Hindernis herumgeflogen, hatte noch überlegt, ob ich eine Fassrolle durchführe, aber das hätte mich nur näher rangebracht, dann habe ich mich für Starglock entschieden, aber kann hier mit dem ersten schnellen Manöver hinterher setzen. Fürs Tagelock bin ich da zu weit weg, nimmt der also den Fokus und jetzt versuche ich halt noch den letzten hinterher zu bewegen. Wobei da das Hindernis halt ein bisschen wehstandig. Ich hätte überlegen können, einen 3er Bang zu machen, dann hätte jetzt aber der andere Protektoratfighter auch statt dem Fokus einen Boost machen müssen. Oder halt wie jetzt, ich booste nochmal geradeaus, ziehe den letzten ran und versuche dann, mich da ein bisschen seitlich zu platzieren, dass ich dann in der Folgerunde quasi eindrehen kann. Ja, Dengar richtet sich zur Mitte aus, ist jetzt auf Reichweite 2 bis 3, ist eigentlich für ihn ganz angenehm. Nimmt eine Zielerfassung für den Torpedo. Er versucht ja immer eigentlich in der ersten Schussrunde seinen Torpedo loszuwerden, weil er bis dahin noch keinen Stress gesammelt hat. Und ja, zündet Gegenmaßnahmen. Dadurch wird er meine Zielerfassung los und steigert seine Wendigkeit. Und jetzt kommt ja auch direkt sein Torpedoangriff. Vier Würfel auf den Protektoratfighter, der halt im Tagelock ist, werden aber zu meinem Glück, trotz Lonewolf-Wiederholungswurf, nur zwei Treffer. Er zwinge mich natürlich neu zu würfeln und es kommt dann auch, kommt dann einer durch. Das Neuwürfeln wurde wieder in Auge. Ich konnte den Fokus ausgeben, um ein bisschen Schutz zu erlangen. So, jetzt der erste Schuss in die Seite. Reichweite 3. Wie man da sieht, kein Problem für Dengar, dem auszuweichen. Jetzt hier sogar durch den Hindernis hindurch. Da braucht man noch einen Würfel mehr. Hier sieht man schon viele Blanks. Ist auch noch ein Blank. Jetzt darf man einen wiederholen und gebe dann den Fokus aus, den er halt durch den Astromach behalten darf. Und war ich dann trotzdem aus. Und dann habe ich dann wieder eine Überlegung, okay, jetzt habe ich noch keinen Schaden gemacht. Ich könnte ihn jetzt frontal nochmal beschießen. Dann kriege ich aber den Schuss zurück. Das ist einfach rechnerisch nicht gut für mich. Also lasse ich das und versuche mich wieder auf die nächste Runde zu konzentrieren. Hier ist dann der schwierige Fall. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie Dengar jetzt fliegen wird. Wird er langsam fliegen? Wird er schnell fliegen? Und hoffe so ein bisschen darauf, dass er einen Cennis-Loop versucht. Um halt möglichst alle meine in den Feuerwinkel zu kriegen. Und werde deshalb mit dem Protokrad-Vater jetzt als erstes geplant ist, eine Talon-Roll fliegen. Der andere wird eine Ecke fliegen, sich so grob Richtung Manorou ausrichten. Und die letzten beiden werden halt einfach nachziehen. Und wollte dann halt versuchen, da Dengar-Flächen eine quasi Falle zu locken. Manorou rechne ich damit, dass die nach rechts oder nach links Ecken wird. Aber hier fliegt sie tatsächlich gerade aus. Weil er jetzt da auch überlegt hat, okay, er möchte mit Manorou jetzt auch noch den Torpedo loswerden. Ein bisschen aggressiver vorzugehen. Bis an die Grenzen nimmt der zweite Aktion Fokus. Okay, ich habe mich dabei für eine Einzel-Ecke entschieden. In der Zweiecke wäre ich zu nah an meinem Talon-Roll-Kandidaten dran gewesen. Ich wäre das Dengar genau zwischen die beiden bammt. Und überlege ich jetzt, ob der jetzt boosten soll oder da stehen bleibt. Ich finde die Position eigentlich ganz okay. Ich habe mich dann aber etwas verschätzt. Also wie man jetzt sieht, die Talon-Roll ist nicht so nah an Dengar dran, wie ich es mir gehofft hätte. Einfach irgendwie ein bisschen daneben gewesen. Und jetzt ist zwar eine schmale Lücke dazwischen, aber es ist unwahrscheinlich, dass Dengar dann dazwischen hängen bleiben wird. Und dann fürchte ich jetzt schon, dass er an meinem Talon-Roll-Kandidat hängen bleibt. Die anderen ziehen aber erstmal hinterher und nehmen Zielerfassungen. Dadurch, dass die Gegenmaßnahmen raus sind, brauche ich jetzt nicht mehr befürchten, dass er die abwirft. Und tatsächlich schliegt Dengar nur eine 1 geradeaus. Knallt also da in den Talon-Roll. Prokandidatfighter. Und ich habe wenig Schüsse diese Runde, weil der ganz oben stehende zum Beispiel Dengar nicht im Sichtfeld hat. Zu weit weg ist von Manruh. Also werde ich jetzt gleich einen Schuss auf Manruh haben und gegebenenfalls einen auf Dengar. Den muss ich mir auch noch überlegen. Aber erstmal ist Dengar dran. Der überlegt schon, worauf er schießen soll. Erstmal, genau, Manruh gibt halt Target Lock und Fokus rüber. Nimmt also nicht den Torpedo. Er möchte lieber mit Dengar den massiven Schaden fahren und schießt jetzt auch auf den, den er einen Target Lock hat, glaube ich. Gibt den Fokus aus, behält ihn aber durch Stress. Zwingt mich natürlich wieder neu zu würfeln. Ich kriege zwei Crits. Der eine ist halt die große Explosion, wo ich weiter würfeln muss, ob ich noch einen Crit bekomme. War nicht der Fall. Und der zweite Crit ist, wenn ich jetzt ein Manöver durchführe, was zur Überschneidung führt, kriege ich einen Schaden. Und da er noch einen Lebenspunkt hat, ist das sehr tödlich für den. Er feuert selber erstmal auf Manruh und gibt auch den Fokus aus, um da Schaden zu machen. Denn hier entsteht schon ein bisschen bei mir der Plan, jetzt wieder die Gelegenheit zu nutzen, auf Manruh umzuschwenken. Wenn wir uns jetzt nämlich die, genau, da wird einmal kurz vermessen, also der hat keine Sichtwelt auf Dengar. Der letzte kann auch nicht sehen, ist nicht auf Range 1 zu Dengar und wird deshalb da den Schuss auch gegen Dengar nicht machen. Das ist einfach, ja, ein Eigentor quasi, weil Dengar einfach immer stärker schießt, als ich schießen kann. Nee, aber Manruhs Position ist jetzt so zu sehen, dass er kein Manöver großartig sinnvoll fliegen kann, außer ein schnelles Geradeaus-Manöver oder so, um seine Aktion zu behalten. Er hat schon Stress, er muss also grün fliegen. Und dafür hat er halt eigentlich nur Geradeaus nach links zur Verfügung. Das wird ihn alles auf dieses Trümmerfeld bringen. Ein 3-Geradeaus wird ein bisschen eng mit dem Asteroiden. Jetzt, wie ich es in der Kamera so einschätze, wird das vielleicht auf dem Asteroiden drauf landen. Deshalb bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, wo er hinfliegen wird, aber ich male mir ganz gute Chancen aus, wenn ich jetzt auf Manruh umschwenke, da vielleicht auf Range 1 schießen zu können. Nur muss jetzt erstmal der eine beschädigte Protektorat weiter aus dem Weg, denn der darf auf keinen Fall bampen und dann Manruh zuerst fliegt. Die wird irgendwo sich so platzieren, dass er da reinknallt, also muss der sie abdrehen. Der wird jetzt nach rechts hinfliegen im Bild, also da, wo das Manöverrad liegt, hin und den Fokus für alle sponsern. Ich rechne damit, dass er danach dann von Dengar abgeschossen wird, aber das ist verschmerzbar. Er fängt damit einfach nochmal einen Schuss von Dengar auf, sponsern mir vorher den Fokus und ich kann ihm mit den anderen dreien dann gegebenenfalls konzentriert Schaden auf Manruh fahren. Und hier fliegt Manruh auch mit dem 1-Bank rein. Da ist ein weißes Manöver, es hat ja eh keine Aktion, also findet er es auch nicht so schlimm, den zweiten Stress zu nehmen. Oder interpretiere ich jetzt mal so. Der Protektorat-Fighter, wie gerade beschrieben, fliegt da rüber, wird seinen Stress los. Den hatte er noch von letzter Runde gehabt, weil er zuerst geflogen ist. Macht den Fokus für alle und jetzt muss ich kurz überlegen, in welcher Reihenfolge ich die anderen drei aktiviere. Denn die fliegen jetzt alle halt erstmal auf Manruh zu. Und da ich verhindern möchte, in Manruh reinzuknallen, damit ich möglichst maximale Anzahl an Schüssen auf Manruh setzen kann, fliege ich den halt mit dem 2-Bank vor und lasse ihn zuerst fast rollen. Lasse ihn da hinten reinbumpen, denn seine 2-Bank hätte ihn wahrscheinlich in Manruh rein manövriert. Und der letzte fliegt grün angenehm geradeaus. Und da war ich jetzt am Abschätzen, ob ich mit einem Boost in Range 1 reinkomme. War aber optimistisch, habe ihn deshalb durchgeführt. Hätte alternativ vielleicht auch Fass rollen können. Aber naja, Dengar wird mir jetzt sowieso hinten reinknallen und auf irgendwas auf Range 1 schießen. Aber ich muss jetzt einfach versuchen, mit drei Schiffen auf Reichweite 1 auf Manruh zu schießen. Die beiden Zielerfassungen, die ich habe, an den blauen Markern zu erkennen, liegen noch beide auf Dengar. Also ich habe wirklich nur meine Angriffswürfel und Fokus, um auf Manruh zu schießen. Ich glaube, Manruh hat vielleicht gerade eben in der Schussphase schon einen Schaden gekriegt, bin ich mir nicht mal ganz sicher. Aber ansonsten sind es dann immer noch 8 Lebenspunkte, die es abzuschießen gilt. Hier wird eben erstmal der Angeschlagene abgeräumt. Damit habe ich halt gerechnet, aber er hat wenigstens den Angriff von Dengar gefangen. Hätte sonst auch selber auf Dengar noch schießen können später. Deshalb wollte er wahrscheinlich loswerden. Und hier kommt der erste Angriff. Mit Fokus ganze 4 Hits. Der nächste Angriff auf Reichweite 1. 4 Würfel. Macht direkt 4 Hits. Also hier habe ich richtig, richtig Glück, was meine Angriffswürfel betrifft. Und seine Verteilungswürfel sind eher mäßig bis nicht so toll. Und der letzte auch wieder. Das sind 3 Hits, weil er war da schon auf einen Lebenspunkt, glaube ich, runter. Deshalb musste ich den Fokus da eigentlich nicht ausgeben. Hätte ich aber machen können. Und das war Manruh. In einer Runde mal eben über einen Haufen gedackert. Das war sehr, sehr, sehr glücklich für mich. Und ist hier eine Wendung des Blattes quasi. Das, was mir halt einfach im letzten Spiel nicht geglückt ist, weil ich einfach an Manruh nicht so gut rankam und mein Engage gegen Dengar nicht so optimal war, ist mir diesmal einfach geglückt, weil auch Dengars erster Angriff halt nicht so überrangend war mit dem Torpedo. Hat mich nicht so sehr unter Druck gesetzt. Und jetzt in der Position konnte ich halt gut auf Manruh feuern, die einfach ein zu aggressives Manöver gewählt hat. Manruh ist halt vorgeflogen, hat das Target Lock genommen und stand dann in der Position, wo sie kaum ausweichen konnte, ohne halt sowieso auf Aktion zu verzichten. Wollte dann halt versuchen, da rein zu fliegen, damit ich mein Schiff mit dem Crit verliere. Und das ist halt einfach nach hinten losgegangen. Da hat das auch angezeigt, war ein bisschen drüber gequatscht. Also normalerweise wäre er sicher geflogen und einfach hätte Kreise gedreht mit Manruh. Aber er hatte halt einfach mal was Offensives versucht und ging schief. Jetzt gilt es aber immer noch Dengar zu bearbeiten, den ich halt komplett in meinem Rücken habe. Und bekanntlichermaßen können Atani-Boys nicht so gut wenden. Also eigentlich kann immer nur einer von denen wenden. Jetzt muss ich deshalb da ein bisschen überlegen, wen lasse ich wenden und entscheide mich für diesen, der gerade aufgedeckt wird. Dass der mit einem 4er U wendet. Kriegt halt den Stress. Die anderen beiden, da habe ich keinen Stress mal gegeben, weil die jetzt sofort grün fliegen. Der eine bricht zu der Seite aus und nimmt dann jetzt den Fokus für alle. und der Kandidat fliegt oder bumpt in meinen U-Turn-Tun hinein. Dadurch verhindere ich so ein bisschen, dass Dengar vielleicht doch noch irgendwie unnützlich mehr in den einen reinknallt und den Schuss auch noch verhindert. Denn ich hoffe, dass wenn jetzt der eine schießt, er wenigstens auf Range 1 steht für seinen Titel. Dengar nimmt jetzt natürlich Glitter-Stim, denn er hat keinen Fokus mehr und muss irgendwie seine Offensive und Defensive natürlich noch anpassen können. Und versucht jetzt, dank unendlichem Lone Wolf, weil er der Einzige auf dem Feld ist, auch an seiner Seite, mehr in Protektoratfighter abzuschießen. Ich gebe Fokus aus, um nur Hit und Crit zu kriegen. Der Crit hier ist Double-Hit, also droppt mir der Protektoratfighter direkt auf einen Lebenspunkt runter. Und deshalb muss ich jetzt hier schon lange überlegen, ob ich jetzt überhaupt noch schießen will. Denn wenn ich schieße, ist mein Protektoratfighter definitiv weg. Also der ist auf einen Lebenspunkt. Ich habe keinen Fokus mehr. Also auf Range 1, vier Würfel mit Glitter-Stim sind einfach zu viel Schaden, als dass ich die nur mit dem Titel verteidigen könnte. Also entscheide ich mich hier dagegen und versuche in einen neuen Engage nochmal, also nochmal meine Schiffe alle ein bisschen zu drehen. Genau, der Fighter, wo jetzt kein Modell gerade drauf ist, der gerade gebammt ist, der wird jetzt den U-Turn diese Runde fliegen. Danach wird der unterste Protektoratfighter eine Zweiecke fliegen, um sich so ein bisschen in den Weg von Dengar zu stellen. Und ich rechne bei Dengar mit einem langsamen Geradeaus-Manöver wieder. Denn auch wenn er auf den Trümmerfeldern noch schießen kann, will er nicht unbedingt jetzt da, glaube ich, einen Seniors-Loop machen. Denn damit wird er seinen Feuerwinkel nicht sinnvoll aufbauen. Er hätte den Gegenschuss halt nicht. Deshalb wird er wahrscheinlich eher geradeaus fliegen wollen, um den den Feuerwinkel auf meinen G-U-Turnen zu halten. Denn ich glaube, das war relativ offensichtlich, dass der da drehen wird, der unterste. Der dreht natürlich jetzt erstmal in der Zweiecke grün, ein bisschen weiter rein, boostet, wird den Stress dadurch los und der halt jetzt Dengar im Weg steht und wirklich da tatsächlich den Bumfer verursacht, hat den Fokus für alle gegeben. Und das ist ja auch der Verwundete. Da, wo er jetzt reingebrannt wurde, das ist der Beschädigte, der noch einen Lebenspunkt hat. Dadurch verhindere ich, dass er komplett abgeschossen wird und behalte so ein bisschen mein Action-Management noch, ja, halte es noch aufrecht. Dengar schießt auf den im Feuerwinkel auf Range 3. Mit Lone Wolf macht er da ein paar Hits, aber es ist ohne Hindernis. Also habe ich nur vier Verteilungswürfel. Er zwinge ich wieder den einen neu zu würfeln. Das bleibt mir die Welt. Und man kann seine Würfel nicht so optimal erkennen. Also ich bin komplett ausgewichen dem Angriff, weil er nur einen Hit produziert hat. Also er kann jetzt keine Augen mehr großartig drehen, weil er keinen Fokus hat. Glitter-Stim ist verbraucht. Und hier bekomme ich jetzt gleich einen Schaden. Ja, er zwingt mich neu zu würfeln. Genau, das war nach meinem Angriff natürlich zurückgeschossen. Ich kriege einen normalen Schaden durch. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Muss wieder überlegen, ohne Ende, wie mache ich's. Der Protektoradfahrt ist relativ einfach. Er steht so knapp am Trümmerfeld, der wird in der Einser-Ecke fliegen. Und ich muss halt mir die Option jetzt zurechtlegen. Also Dengar könnte jetzt wieder geradeaus fliegen. Er könnte jetzt aber auch diese Runde in den Seniors-Loop machen. Ich bin mir da nicht ganz sicher, was er macht. Ich denke, dass er eher geradeaus fliegen würde. Will also mit dem Protektoradfahrt der Ecke fliegen, eine Fassrolle machen. Und die anderen beiden Protektoradfahrt weiter so weit ran bewegen, dass sie auf Range 1 stehen. Und wenn möglich dann im Feuerwinkel der hier die Einser-Ecke nimmt Fokus. Denn er hat ja schon einen Target-Lock. Der Nächste, ich war mir halt nicht ganz sicher, ob er es am Trümmerfeld vorbeischafft. Oder ob er drauflandet. Er schafft es tatsächlich vorbei. Macht dann die Fassrolle. Und da muss ich dann so ein bisschen schauen, dass ich die quasi so platziere, dass die anderen beiden auf Range 1 sein werden. Und der Erste, den ich bewichtet habe, ist quasi der da so ein bisschen Ausschlaggebende. Wo ich dann gucken muss. Deshalb schiebe ich da so ein bisschen hin und her. Leider durch meine Arme und Hände verdeckt. Die Stelle, worum es jetzt geht. Aber jetzt kann man es sehen. Wenn Dengar jetzt geradeaus fliegt und in den einen reinknallt, ist seine Ecke ungefähr beim Modell des Protektorads im Bild zu sehen. Und wäre damit auf Range 1 zu dem Letzten. Und mein Plan geht auf. Dengar fliegt wieder langsam geradeaus. Knallt hinten in den Reihen, in den Beschädigten. Kann den weiter nicht beschießen. Und die anderen Meinen stehen auf Reichweite 1. Er schießt auf den, der glaube ich im Feuerwinkel steht. Der mit drei Verteilungswürfeln wirft. Weil den hat er vorhin angeschossen. Und ich habe einen Triple Evade zum Wiederholungswurf Triple Evade hingelegt. Ich war sehr überrascht von meinen eigenen Verteilungswürfeln in dem Moment. Das kenne ich von denen nicht. Und meine Angriffe sind momentan einfach übertrieben. Auch hier. Beide jetzt zwar mit Tagelok-Fokus-Kombinationen, aber trotzdem liegen da jetzt jeweils wieder vier Schaden. Und das kriegt Dengar ordentlich zu spüren. Hier auch wieder Verteilungswurf, zwei Blanks, Wiederholungswurf, bleibt glaube ich ein Auge oder ein Blank. Kriegt noch mehr Schaden drauf. Ist einfach böse. Seit der Schussrunde, wo Manorou draufgegangen ist, waren meine Schiffe on fire. Und haben eine Party veranstaltet. Und man erkennt hier auch sehr gut, dass Dengar ohne den Support von Manorou, also ohne den Fokus, den er dann die ganze Zeit bekommt, dann doch wieder aufs Dicing angewiesen ist. Seine Defensive passt nicht mehr so sehr. Seine Offensive schwimmt. Der Crit, den er da bekommt, ist egal. Bei weißen Manövern kriegt er Stress. Oh mein Gott, es ist Dengar. Ja, er macht einen Schuss zurück nach meinem Angriff. Trotz Tidil kommt noch ein Crit durch. Ist wieder Double-Hit. Also auch der ist auf einen Lebenspunkt runter. Aber er steht noch. Und das ist sehr, sehr viel wert. Dengar steht allerdings auch noch. Und jetzt gilt es, den irgendwie noch zu erwischen. Und so wie meine Schiffe momentan stehen, kann ich halt nicht mehr auf engem Raum richtig arbeiten. Der ganz linke kann noch versuchen, über einen Bump zu arbeiten. Aber irgendwo muss ich meinen Fokus herkriegen. Und das wird der rechte Protektoratfighter zum Beispiel nicht schaffen. Der wird nämlich eine Talon Roll versuchen. Denn jetzt so eng wie sie stehen, bin ich mir sicher, dass Dengar in einen Zenners Loop fliegen wird. Wird das mit einer Talon Roll verhindern? Sollte Dengar sich doch dazu entscheiden, eine Einser Ecke zu fliegen oder so, werde ich ihn mit der Talon Roll dann quasi im Feuerwinkel haben. Und der mittlere Protektoratfighter muss jetzt versuchen, über Dengar drüber zu kommen. Das schafft er eigentlich nur mit einem 5-Grader-Aus, um allen den Fokus zu geben. Eine 4-Grader-Aus wäre zu knapp, könnte klappen. Aber eine 5-Grader-Aus ist sicherer. Ich habe mich auch einmal, glaube ich, zwischendurch zum Tisch runtergebeugt und kontrolliert, dass ich nicht auf das Trümmerfeld da fliege. Und habe halt beim optischen Verlängern der Base-Kante dann gesehen, dass es passen wird. Und ja, hier ist dann wieder sehr entscheidend, welche Reihenfolge. Zuerst dieser Einser Ecke, was einfach den Plan hat, dass er so ein bisschen sich rumdreht. Ansonsten kommt er halt nicht wirklich weit. Da ist dann das Gerade-Aus-Manöver. Muss da über die Ecke machen, weil einfach auch die Base noch im Weg ist, aber es passt. Kann sich halt nicht ohne, ist halt ein Gerade-Aus-Manöver, kein Turn, aber ist in der Stelle akzeptabel. Hier jetzt die Talon-Roll übers Hindernis drüber. Er bekommt ja zwei Stress, rotes Manöver und durch den Trümmerfeld, kriegt zum Glück keinen Schaden. Wäre jetzt ein Super-GAU gewesen, wenn er da jetzt durch den Crit gestorben wäre. Die anderen beiden kriegen nur einen Stress durch das Artein im Mindlink. Das Mindlink gibt den Marker nur weiter, wenn die Schiffe noch keinen Marker haben. Sein Angriff auf Range 1, auf mein Proktektorat, sind vier Blanks. Da war er dann komplett verständlicherweise ein bisschen zu sehr genervt von den Würfelwürfen in den Runden und hat das Spiel dann da aufgegeben. Was kann man festhalten? Das war quasi das Spiel von vorher nur umgedreht mit den Würfeln. Ich habe hier ziemlich viel Glück gehabt, was meine Offensive betrifft und auch zwischendurch mit der Defensive. Dazu kommt, dass Manu-Roo ein zu offensives Manöver geflogen ist in der Mitte. Er hätte safe fliegen können. Er hat es offensiv ausprobiert und das war zufällig der Moment, wo ich mir überlegt habe, ich schwenke um auf... Was heißt zufällig der Moment? Er hat sein aggressives Manöver recht früh eingeleitet, dadurch, dass er so nah ins Trümmerfeld reingeflogen ist und dann gab es kein richtiges Zurück mehr. Und ich stand in einer Position, von der ich halt leicht auf Manu-Roo umschwenken konnte. Und da kam man Ereignis auf Ereignis und dann kamen die ganzen Angriffswürfel und dann war Manu-Roo in einer Runde einfach mal platt. Und das war einfach spielentscheidend an der Stelle. Dadurch sieht man, Dengaroo ist hart, aber nicht unschlagbar. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass dieses Spiel jetzt sonderlich repräsentativ ist. So kann man die schlagen, denn dafür waren einfach die Angriffswürfel zu abseits vom Durchschnitt, um das richtig werten zu können. War trotzdem, fand ich, ein interessantes Spiel. Ich hatte viel Spaß bei dem Spiel, ohne jetzt meinen Gegner ärgern zu wollen, denn die Würfel waren halt frech. Aber mir macht es halt unheimlich Spaß, die Atani-Boys, diesen Mindlink-Schwarm zu fliegen und mir zu überlegen, wer wann wie aktiviert und wie fliegt. Und ja, bin dann mit dem Endergebnis von 3-1 dann in dem Turnier tatsächlich Dritter geworden. Damit sehr, sehr zufrieden mit der Liste auf jeden Fall auch. Die macht sehr viel Spaß, hat halt ihre Schwächen, auch einfach so ein bisschen Pilotenwert bedingt. Also höhere Pilotenwerte können sie halt noch leicht austanzen, aber sie macht trotzdem Spaß. Und ja, was kann ich noch viel sagen? Eigentlich nichts. Und von daher danke ich fürs Zusehen, hoffe es war lehrreich und hilfreich und lustig, interessant. Und dann mal schauen, also im Dezember ist die Regional im Kultspiel in Dortmund. Da bin ich auf jeden Fall im Start und auch einige von unseren Games-on-Table-Teams sind mit dabei. Ich glaube alle, außer es wird irgendwas spontan noch dazwischen kommen, aber ich denke, wir wollen alle mitspielen. Von daher sieht man sich vielleicht da. Ansonsten gibt es davon definitiv auch wieder eine Video-Coverage mit den einzelnen Spielen. Ob sie alle von mir sind, weiß ich noch nicht. Ich denke mal, wir werden jetzt mal verschiedene Leute aufnehmen. Aber da bin ich mir sicher, wie wir es machen. Das schauen wir noch. Von daher, danke fürs Zusehen, hoffe es hat gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.